Hey, wolltet ihr schon immer mal hinter die Kulissen eines Theaters schnuppern? Oder interessiert ihr euch für einen Bundesfreiwilligendienst im künstlerischen Bereich? Dann bewirkt dich doch hier bei uns am Kunstdruck Zentraltheater in Esslingen. Wir alle sind aktuell hier als BFD Lappentheater tätig. Unsere Kernaufgaben sind dabei völlig verschieden. Von der Verwaltung und Organisation des Theaters über handwerkliche Aufgaben wie den Kulissenbau, technische Aufgaben wie das Bedienen der Licht- und Tontechnik sowie auch die Rolle der Regieassistenz oder Showbetreuung. Ich wollte die Zeit zwischen meinem Abitur und meinem Studium sinnvoll nutzen und etwas machen, was mir wirklich Spaß macht. Wenn du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden und große Kunst zu produzieren, dann bewirb dich doch jetzt hier bei uns. Neben einer Vollzeitstelle suchen wir auch eine 60-prozentige Inklusivstelle. Wir freuen uns auf dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 headlinesprechend Untertitelung des ZDF, 2020